Ja komm Jungs, gib Gas! Yes, gib Gas! Hab ich den weggerammt? Komm schon, komm schon, komm schon! Easy peasy, easy peasy, easy peasy! Yeah, buddy! Was geht denn, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge GTA. Ein Zusammenschnitt aus dem Stream. Wir spielen eine Map, die wir so zumindest in einem Video noch nie gespielt haben. Im Stream zocken wir sie jetzt das zweite Mal. Ihr seht es, 15 Leute sind dabei. 14 davon aus der PoverotTV Crew. Den Link zur Crew findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's los! Wir sind 15 oder sogar mehr Leute. Ihr seht es, die geniale Armee, die hinter mir steht. Jetzt heißt es hier den schönen Boost starten. 2, 1... Ah, fuck, hat nicht geklappt! Einige haben es geschafft. Oh shit, oh shit! Ah, ich kann mich nicht auf die Spenden konzentrieren! Aber vielen, vielen Dank! Mega Karambolage! Und ich bin... Ich bin falsch gefahren! Oh mein Gott! So, jetzt heißt es erstmal, alle einholen. Ich bin 16, aber da sehe ich doch schon die nächsten Klabautermänner. Oha, hier haben wir die nächste Karambolage. Ist das geil! Ey, wenn man solche Maps spielt, ganz ehrlich, wenn ihr solche Maps spielt, spielt sie immer mit Kontakt. Wenn man mit Leuten spielt, das macht einfach so Laune. Okay, ich bin auf dem 15. Junge, diese Map, Alter, ist die verschlingelt, ey! Oh shit! Oh shit, come on! Ah, da ist auch einer falsch gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ging nicht nach rechts, Junge! Ja, nice! So, komm! Jetzt gibt es gleich hier die entscheidende... Oha, die entscheidende... Stunt-Rampe. Hier heißt es einfach nur gut drauf kommen. So, und dann läuft es eigentlich. Nein, es läuft! Aber nicht, wenn vor mir irgendwer langsam fährt. Please, Selbstmord. Komm, nochmal, nochmal. Alte Belly, haben es aber einige nicht geschafft. Oh, ja, ich kriege einen Boost! Schaffe ich so? Ist das geil, schaffe ich so? Hinter mir ist noch jemand. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist das geil! Wuhu! Oh yeah, buddy! Geschafft! Nice, und damit bin ich auf dem 11. Also ein paar konnte ich hinter mir lassen. Mega sweet, mega sweet, mega sweet! Nice, dann habe ich dich auch, Junge! Oh, 10. Also noch ein paar vor mir. Runde Nummer 2. Das heißt, wir haben jetzt auch nur zwei Runden eingestellt. Oh, fuck, 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 fuck! So, hier lang. Nicht wieder rechts rum. Nicht den Fehler nochmal machen. So, das sieht erstmal gut aus. 10. ist okay. Welch? Oh! Komm schon! Komm schon, Baby! Gib Gas! Ah, der Wagen sieht auch schon von hinten ziemlich demoliert aus. Osiris ist aber gut. Hat nicht ganz so den... Ah! Hat nicht ganz so den Grip wie der T20, aber... Aber passt. Ist da wieder einer irgendwo anders nachgefahren? Oder da kommt mir irgendwas hier nicht koscher vor? So, da sind sie wieder an der Rampe. Ey, die Rampe ist echt cool designt. Vor allen Dingen, was mir gut gefällt, das ist eine... Es ist eine sehr coole Rampe, die aber nicht übertrieben anspruchsvoll ist. Oh mein Gott, hier könnte ich ein paar Plätzchen gut machen. Schnell die Leute wegrammen. Komm! Komm schon, komm schon. Wenn ich jetzt durchkomme, dann würde ich als Siebter? Oder als welcher Platz? Oh, ich habe es nicht genau gesehen. Als welcher Platz ich hier durchkommen würde? Oh shit, wenn ich durchkomme. Wenn. Doch, ich komme durch. Ich komme durch. Von mir die beiden. Yes! Ich bin Siebter. Junge, sieh zu, dass du aus der Bahn kommst. Sieh zu! Shit! Und, come on! Sechster. Wow! Komm schon, komm schon, komm schon. Ab geht die Post. Shit, Elfter. Zehnter. Junge, das Feld ist ziemlich eng hier geschnürt. Zack. Ja, was hast du denn mal gedacht? Achter. Ach, und das ist vorbei. Ah, als Achter durchgekommen. Ich denke, das geht gut klar, weil die Map so cool war. Ich denke, wir machen auf jeden Fall noch eine Runde. Runde Nummer zwei im Zusammenschnitt im Stream. Wir sind inzwischen sogar noch mehr Leute. Alle gut gelaunt, alle gut drauf. Und jetzt heißt es, diese tolle Map hier vielleicht auf dem Treppchen hier zu beenden. Drei, zwei, eins. Yes! Diesmal mit Boost gestartet. So, die Map kennen wir ja inzwischen ein bisschen. Ja, klar. Schlecht. Wow! Das geht ja schon mal geilo los. Das geht ja schon mal fucking geilo los. Fünfter von 18. Okay, das geht auf jeden Fall. Die rammen sich hier sowieso noch ein bisschen weg. Bin ich jetzt gut bei... Komm schon! Yes! Gut bei weggekommen. Dritter. So. Komm schon! Boah! Gerade noch. Gerade noch gut. Gerade noch gut. Hep. So. Nice. Das war nicht so nice. Das war nicht so nice. So, jetzt kommen wir jetzt hier einfach nur gut wegkommen. Das Ganze gleich beim ersten Mal ritzen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar verdammt gut aus. Oh yeah. Das wäre geil, wenn einer von meinen Kontrahenten das nicht gleich schaffen würde. Und da bin ich... Ich bin auf dem zweiten. Richtig? Bin ich auf dem zweiten? Auch gleich noch? Yes! Ich bin auf dem zweiten. Das heißt, der einen hat es nicht gepackt. Oh yeah! Da habe ich dich an den Tick, Ali! Yeah, buddy! Komm! Öp, 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 öp. So, hier kommen wir schön durch. Wie viele Runden habe ich jetzt nochmal eingestellt? Ich glaube vier, oder? Oh, aus den vier Runden können wir bestimmt einen mega geilen Zusammenschnitt machen. Ein paar Sekunden später. 400 Zuschauer! Oh please! Leute, vielen Dank! Oh, und wenn ihr mitspielen wollt, lockt euch jetzt bei GTA ein. Holy Macaroni! Lockt euch jetzt bei GTA ein. Joint der Crew. Den Link zur Crew findet ihr in der Beschreibung. Povrod Crew. Das sieht erstmal gut aus. Alte Belly, es gibt immer noch Leute, die es hier nicht gepackt haben. Ich hoffe, dass die den ersten... Ich bin erster! What the fuck! Bin erster! Ich bin erster! Jetzt heißt es wieder konzentrieren. Ihr kennt das. Nein! Nein! Ihr kennt das vom gestrigen Stream, Leute. Ach du Scheiße! 35 Euro Spende. Vielen, vielen Dank! Danke dir. Korrekt. Und schön, dass du dabei bist bei der Geilo Family. Und bei diesem Stream. Danke dir. So, ich bin... Bin ich auf dem Ersten? Oder auf dem Zweiten? Es hoppelt so ein bisschen hin und her. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice! Ich bin auf dem Ersten! Ich rasiere! Juhu! Und hier wird gleich einer überrundet, oder was? Oh shit! Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich muss aufpassen, ey. Ich darf nicht übermütig werden. Nice! Der Osiris geht hier ziemlich gut ab. So, ich glaube, jetzt habe ich mir einen relativ guten Vorsprung erarbeitet. Aber gleich, wenn wir jetzt mit der Map fertig sind, gönnen wir uns auf jeden Fall eine andere Map. Wir sind jetzt schön viele Spieler. Da können wir... Wir könnten sogar Fix the Creator spielen vom letzten Mal. Das habe ich übelst gefeiert. Ja, komm Jungs! Gib Gas! Yes! Gib Gas! Habe ich den weggerammt? Komm schon, komm schon, komm schon! Easy peasy, easy peasy, easy peasy! Und... Raus da! Nice! Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. War das schon die letzte Runde? War das schon die letzte Runde? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ey, das wäre das erste Mal im Stream. Ne, nicht das erste Mal. Aber es wäre auf jeden Fall eines der wenigen Male, wo ich es schaffe auch so ein Rennen als erster zu Ende zu bringen. Komm schon, komm schon, komm schon! Es geht nur noch diese letzte Rampe hier zu regeln. Will der mich aufhalten? Will der mich aufhalten? Der kleine Klappustermann? Nein! Yes! Fuck! Ich bin irgendwie... Ah! Nicht, dass ich jetzt... Nicht, dass ich jetzt Zweiter oder so bin. Bitte nicht. Nein, ich bin Zweiter. Ernsthaft? Ich wollte es doch gewinnen. Ich wollte es... Warte mal, ich bin wieder Erster. Er hat auch die Rampe nicht geschafft. Genauso wie ich gerade. Oh mein Gott! Ich fahre aber gerade überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht schön! Aber ich bin hier als Erster weggekommen. Es zeigt mir aber, dass jetzt der Zweite, der hinter mir ist, der muss jetzt einfach nur die Rampe einmal packen. Und dann ist er mir ganz, ganz hart auf den Fersen. Das heißt, ich gebe jetzt Vollgas. Konzentrier mich kurz. Motivier mich selbst. Und ich habe es geschafft. Ich bin Erster! Ja, Buddy! Ich hoffe, euch hat dieser kleine Zusammenschnitt gefallen. Schön, dass es am Ende doch noch geklappt hat. Eine wirklich tolle Map. Kann ich nur empfehlen. Viele, viele Leute aus dem Stream mit dabei. Ich feiere euch. Ich hoffe, ihr habt es gefeiert. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao! Ja, Buddy!